Hallo Sportfreunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 nach dem Desaster im letzten Spiel. Eigentor, Pfostentreffer, wir hatten so ein Pech, Sarraza verletzt, es konnte kaum schlimmer kommen gegen Frankfurt. Werden wir jetzt gegen Freiburg antreten, ja gegen den SC Freiburg, hoffentlich nicht die stärksten. Haben auf jeden Fall die letzten Spiele, soweit ich weiß, nicht so atemberaubend gespielt. Ja in der Ivy Lane wird gespielt, natürlich nicht eigentlich, das ist jetzt nun mal der Platzhalter, sag ich mal. 16. September 2012, Anschluss 15.30 Uhr, Schiedsrichter ist Guido Pantaloncini, Pantaloncini wahrscheinlich. Ah, Italiener. Profi, sechs Minuten und der Platz ist heiter. Der Platz ist heiter, das Wetter auch. Der Platz ist heiter. Fangen wir an mit der Aufstellung der Freiburger, Baumann im Tor. Davor Hedenstadt, Cesar, Navas, Diagne, Sorg, Schmid, Flum, Kruse, Caligiuri, Sebastian Freis, auch vom FC gekommen. Wie auch schon Martin Arnig bei den Frankfurtern und Jendrysek vorne als Stürmer. Ja und beim ersten FC Mugama, da spielen Gronk, Tobinator, Rahmschnitzel, Hans Sarpay, Zombie, Timbo. Commander, Krieger hatten wir gerade eben, habe ich beinahe übersprungen. Pete Smitty, Rumpel, Tanko und Albertoson. Sarraza ist nicht dabei, der ist verletzt im letzten Spiel, hat er sich verletzt. Richtig bittere Pille. Aber wir probieren es mal so und ich hoffe, das geht gut, liebe Sportfreund. Hier der Scoutbericht. Ja, Freiburg, da sehen wir es, mit schon drei Spielen. Ich verstehe das nicht genau, warum wir erst zwei haben und manche andere schon vier. Naja, wie auch immer. 2-0 Sieg gegen Nürnberg, dann die knappe Niederlage gegen Leverkusen, das haben wir oben live mitbekommen im Ticker. Haben sich aber auch gut geschlagen und dann Mainz geschlagen, 2-0. Die Freiburger sind verdammt gut drauf. Die sind verdammt gut drauf, da muss ich zurücknehmen, was ich gedacht habe. Absolut. Mit den zwei Niederlagen, das stimmt ja mal absolut nicht, vorne und hinten stimmt das nicht. Die sind mit sechs Punkten unterwegs, hätten Leverkusen auch fast einen Punkt geholt. Bitter. Ja, Mann, oh Mann, wir haben echt kein Glück jetzt hier. Oh. Muss ich den eigentlich von da aus ins Tor katapultieren oder was? Ne, auf die Dinger. Auf die Dinger einfach nur? Ja. Klappt super. Starten wir mal schnell ins Spiel. Hoffentlich läuft das nicht auch so hier bei der Bundesliga mit dem 1. FC Mugambo und der SC Freiburg hier Flumen zu sehen. Und er macht einen rein. Ich hoffe, das wird nicht echt so ausfallen. Beim 1. FC Mugambo. Zombies auf dem Bild. Schöner Trick hier, nett anzusehen. SC Freiburg gegen den 1. FC Mugambo im Freiburger Stadion. Das wird auf jeden Fall wieder eine echte Fußballschlacht. Und diesmal hoffentlich ein Sieg für den 1. FC Mugambo, der lange keinen Sieg mehr einfahren konnte. Ja, das letzte Mal, wirklich lange mittlerweile. Das letzte Mal war, glaube ich, das erste Testspiel. Ja. Da waren wir sehr gut unterwegs. 4 zu 1. Seitdem haben wir verdammt nochmal abgebaut. Die Bastia haben wir da gespielt. Die Bastia, genau. Ja, das Niveau in der Bundesliga ist ein anderes. Klar. Die Trikots, ich habe ja im letzten Spieltag die Trikots der Frankfurter gelobt. Das ist mir so gut gefallen. Im Gegensatz dazu gefallen mir die Freiburger Trikots wirklich fast gar nicht. Also dieses schlichte Pinke mit dem roten Aufdruck. Also ne. Ja, so ein bisschen die Farbe der sexuell frustrierten Frau, sagt man ja, ne? Ist das nicht lila? Ja, lila. Aber das ist ja so ein lila-Pink. Ja, ist ja lila-Rot-Pink. Ist alles. Ist ja alles dasselbe. Pink ist aber wieder etwas anderes. Obwohl das schon echt pink ist, ne? Ja. Italien ist der Schiedsrichter hier. Ah. Da quatschen Hans und Flum nochmal miteinander. Schütteln sich die Hände. Fair Play. Gutes Match. Das wollen wir hier sehen heute, liebe Sportfreunde. Hier nochmal die Aufstellung von Freiburg. Und vor allen Dingen auch ne interessante Bank. Rosenthal auf der Bank. Macchiadi. Aber die können auch noch wechseln. Freis hat sich auch echt gemacht. Bei Köln war absoluter Chancentod. Da hat nix gerissen hier. Wahnsinn. Bei Freiburg spielt er wirklich gut. Ja, und wir heute ohne Sarraza. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das vorne klappt. Ich auch. Sehr gespannt. Ob wir da jetzt endlich den Sieg, den lange Erhofften, rausholen können, dem der FC Mugamba auch zustehen würde. Denn die Spiele waren wir nicht schlechter. Wir waren im letzten Spiel die bessere Mannschaft, haben trotzdem verloren. Wir waren im vorigen Spiel. Haben wir die 2-0-Führung aus der Hand gegeben. In dummer Weise. Es gab so ein paar Sachen, die mich wirklich aufregen könnten. Und euch wahrscheinlich auch, liebe Sportsfreunde. Ne, wir schließen auch zu früh ab. Ja, das stimmt. Ich wollte ihn einfach mal probieren. Hab auf den Abpraller gehofft. Aber da war nicht viel rauszuholen. In der Ivy Lane. Schön. Gut steht Timbo da. Ich glaube, die Position ist besser da hinten im Mittelfeld. Für ihn. Aber ein bisschen jemanden, der mal umschalten könnte. Schön hier rumgespielt von Freiburg. Das ist das Hans natürlich super. Im Stellungsspiel hinten nach außen. Das ist genau sein Spiel. Scheiße. Zu spät gepasst von meiner Seite. Und das kann natürlich bitter enden. Was war denn da los gerade? Ich glaube, was hat Tobi da gemacht? Ne, Rahmschnitzel war es. Interessante Konstellation auch wieder. Sowas darf man sich nicht erlauben so lange. Sehr schön. Ja, ich dachte, ich wäre am angreifen. Schlecht. Das war jetzt der dritte Fehler von uns hintereinander. So gewinnen wir natürlich keine Matches gegen Freiburg. Komm schon, du bist schneller. Komm schon, du bist schneller. Ja. Ja, wäre auch abseits gewesen, glaube ich. Wäre wahrscheinlich zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn es nicht abseits gewesen wäre. Aber Freiburg kommt auch nicht gut in Fahrt. Geh, geh, geh. Jetzt bin ich hier am Abseits. Ja. War eigentlich kein guter Schuss, aber war genau richtig. Ja. Die Position, die ist nicht zu wünschen, übrigens. Aber man merkt, wir trauen uns auch selbst jetzt nicht so viel zu, ne? Ja, man muss sagen, wir sind ein bisschen eingeschüchtert worden, ne? Mit den ganzen desaströsen Spielen hier. Aber das müssen wir gar nicht sein. Denn so schlecht haben wir gar nicht gespielt. Es gibt einen Eckball. Ja. Auf jeden Fall Chancenüberlegenheit bisher auf Seiten des 1. FC Mugambe. Nicht drehen. Gar nicht groß, glaube ich. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Oh! Der Vakuum an der Krieger mal, so wie wir uns eigentlich erhoffen. Schade. Zwei gute Möglichkeiten. Wenn wir vorne halt nicht treffen, werden wir halt auch nicht belohnen. Wir müssen uns selbst irgendwann mal belohnen jetzt langsam. Ja, die Pille will einfach nicht im Netz zappeln. Ach, schade. Da haben wir beide anders gedacht. Turbinator, der im letzten Spiel wirklich super gezockt hat. Oh, Backe. Wieder so eine unnötige Fehlpass-Konstellation. Aber da super von Albertuson mitgerannt. Mitgelaufen. Fehlt natürlich jetzt im Sturm. Hans Sabei. Der Hans, der kann's. Hä? Ach so. Ich dachte gerade, die wechseln den Torhüter aus. Was ist das denn? Angebliches Foulspiel. Ich weiß nicht, von welcher Seite. Aha. Von unserer. Wie auch sonst. Gut. Komm, man hat Krieger. Und jetzt schnell nach vorne umschalten. Zwei Jahre später. Ja. Ich renne jetzt mal in Piet nach vorne. So weit es geht. In die Mitte. Ah, da wird er überlaufen. Aber war ein Foul. Ah, wurde am Trikot gezogen. Ja. Haben wir mal Glück. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Ich versuch's jetzt mal. Ja. Da ist doch wieder Kommander-Krieger. Ah. Tumult im Strafraum von Freiburg. Aber nichts da. Kein Tor für den 1. Strafraum von Freiburg mal wieder. Oh, oh. Da musst du rein. Schön. Wunderbar. Wunderbar gespielt. Einfach gut ab. Das hast du sehr gut gemacht. Danko. 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 Außer Drehung von da hinten. Ja, ich wollte den eigentlich viel direkter nehmen, diesen Ball. Da muss doch noch was gehen. Kann doch jetzt nicht unentschieden bleiben. Wir sind auf jeden Fall das deutlich bessere Team. Wenn man jetzt, 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 jetzt. Super, super, super. Rumpel. Sergeant Rumpel. Mit dem Pass. Nein. Nein. Hätte ich besser noch drauf gemacht. Scheiße. Da wollte ich es perfekt machen, weißt du? Ja. Ja, eindeutig mal ein Fehler. Das ist halt so eine 50-50-Chance, die du hast. Aber waren zu viele Defensivspieler. Sicher war das Ding nicht. Insofern, wir haben aber noch mehr Chancen. Jetzt geben wir Gas hier. Hans Saab bei der Renta über das halbe Spielfeld. Alter. Oh. Fünfmal gepasst. Zwei Sekunden vorher schon. Aber Freiburg haben wir eingeschüchtert bisher. Also die erste Hälfte geht eindeutig an uns. Auch wenn man kein Tor gesessen hat. Wieder kein Tor gemacht. Ja, das sei das Problem, ey. Wirklich. Und zieht einen nicht mal ab. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schön. Halbzeit. Ah, 0-0. Verflixt und zugenäht. Hätte eine Führung sein müssen. Hätte eine Führung sein müssen. Wir hatten auf jeden Fall mehrere Chancen, die dazu hätten weiterhören können. Kommandarkrieger zweimal mit dem Kopfball vorne. Genauso erhoffe ich mir das eigentlich. 5-0-Torschüsse. Eigentlich wieder voll überlegen, aber das Ergebnis sagt es wieder nicht. Was ist nur los? Plötzlich sind wir in der Offensive so schwach. Wo wir eigentlich so stark waren. Der könnte gut kommen. Vorsicht. Wenn du beschleunigst, brauchst du in eine halbe Ewigkeit, habe ich das Gefühl, dann auch den Pass auszuspielen. Das ist kreativlos. Oh, hier ist alles zu. Was? Habe ich auch einen Foul gesehen da vorne. Oh, das ist eine super Position. Oh ja. Oh ja. Nein. Zu umplatziert leider. Da waren wir gerade drauf. Ich bin ja auch kein Freistoß-King, muss ich dazu sagen. Mann, da waren so viele Chancen dabei. Nein, nein, nein. Boah. Glück ab. Hier nach oben. Zum Hans. Schön. Gut mitgedacht. Gut mitgedacht einfach. Super. Ah, komm, ein bisschen zu weit. Ja. Nein. Nein. Oh, je, je, je. Ich will meine durch. Da hatte der irgendwie noch eine Hacke irgendwo. Weiß ich auch nicht, wo die die hier geholt hat. Jetzt Vorsicht. Letzte Reihe gegen die letzte Reihe. Die hat Gronkh. Die Pille. So, weiter, weiter. Ey, wir müssen den Grund um den Boden spielen jetzt. Das geht gar nicht. Wir haben sowas von den Sieg verdient mittlerweile. Ne. Oh, ganz gefährliches Spiel hier. Freiburg grät in Bedrängnis. Ah. Falsch. Geleitet worden von meinem... Probieren wir in der letzten Zeit ein bisschen mehr zu tacklen. So, direkt weiter. Komm. Oh. Man braucht echt länger. Deutlich länger. Ah, Albertuson läuft auch immer vom Ball weg. Ständig. Schön. Hans-Arbel. Schön. Oh. Und da rückt wieder keiner nach oder falsch. Ach, Mann. Ey, das muss doch mal durchgehen irgendwann. Meine Fratzke, ey. Ne. Alter. Und dann ein Freiburger da vorne. Irgendwie zackt. Ah, ich bleib mal in der Mitte. Ich bleib mal in der Mitte. Da kommt keiner mal dem Ball entgegen. Ja, da müsste ich dem Ball entgegen. Aber so schnell kann ich gar nicht umscheinen. Ja, genau. Das muss der Computer machen. Ja. Ah. Was war das? Okay, den doppeln wir. Oder nicht? Oh, das ist eine Schöne. Das ist eine super Kontakmöglichkeit. Das ist eine Traummöglichkeit. Renn, renn, renn da vorne, schnell. Nein. Was mache ich da? Alter. Was mache ich da? 73 ist immer noch kein Tor. Meine Fresse, ey. Wir treffen einfach nicht mehr. Das geht doch mir auf die Senkelwurst. Auf die Senkelwurst. Kennst du die Senkelwurst? Oh, das kann doch jetzt hier wirklich nicht wahr sein. Oh, nein, 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 nein. 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 Was für ein mega unverdienter Absturz. Was für ein mega unverdienter Absturz. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Warum hält Gronkh den nicht? Ja, ich weiß nicht. Kann man... Oh, Mann. Und dann so ein einziges Schuss, einziges Tor. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Wir haben noch nicht schlecht gespielt gerade. Wir hatten noch alle Möglichkeiten. Wir hatten Riesenchancen. Riesenchancen hatten wir. Und das hatten wir oft jetzt. Und trotzdem treffen wir einfach nicht. Nicht sprinten hier, ne? Das muss Eckball geben. Oh, Hascher und Koppe. Mann, das nervt jetzt richtig. Jetzt bin ich richtig hier erbost. Ich auch, wirklich. Ey, das ist einfach sowas von unverdient. Ach, komm schon. Ey, wir hätten einfach den Sieg rausholen müssen in diesem Spiel. Müssen. Wir geben 2-0 aus der Führung. Verlieren im letzten Spiel. Richtig schlecht. Deshalb erwähne ich jetzt auch einfach nicht die Auswechslung, weil ich so erbost bin. Hör doch auf. Ja, auch zu ungefährlich, wenn wir ehrlich sind. Scheiße. Mann. Ich geh jetzt auf volle Offensive einfach. Alles nach vorne, was wir haben. Okay, nochmal ein Wurf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ein Tor ist noch drin. Ach, jetzt wechseln wir die ganze Zeit. Warte, ich mach. Oh, da zieht er nicht ab. Ich brauche wieder eine Stunde. Komm, kämpfen. Ich muss an Kämpfen. Wir können das noch schaffen. Das Problem ist das Dauersprinten, ne? Ja, aber doch nicht, wenn man eine Stunde vorher drückt. Also dann... Nee, bei so einer Situation am besten gar nicht sprinten. Ja, dann verlierst du den Ball. Dann bist du nicht schnell genug, kannst du nicht durchziehen. Das ist halt immer das Ding. Ja, ich probiere das mit dem Sprinten jetzt ein bisschen zu lernen, dass ich beim Dribbling einfach aufhöre zu sprinten. Ja, beim Dribbling, klar. Was denn? Ja, ich glaube, das Spiel haben wir verloren erfolgreich wieder. Einfach mal wieder... Oh! Das sind zwei freie Spieler von uns. Können wir mit dem Kopf zusammenschlagen langsam hin. Ach, bitte! Nochmal ein Wurf von den Freiburg. Also, SF zu Mugambes. Auf jeden Fall Spitzenreiter im Schlechtspiel. Oh Gott! Und das Spiel vorbei. Ja, super. Eins zu neun verloren. Ey, bitte! Boah, ich könnte das Joypad durch den Raum pfeffern hier. Ich will gar nicht die Eilheit sehen, ey. Ich will es überhaupt nicht sehen. Da hört es ja echt auf, dass er... Guck dir das mal an. Nee, ich will gar nichts mehr sehen. So, ich bin weg. Tschüss. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen jetzt tatsächlich unten uns im Keller irgendwie da nochmal rausretten. Ja, so sieht es aus. So nicht anders. Ein Punkt nach drei Spielen. Dabei hätten es gefühlt eigentlich neun sein müssen. Ja. Oder zumindest mal sieben oder so. Ja, das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das letzte hätten wir genauso gewinnen müssen. Da haben wir ihn verloren, weil wir ein Eigentor kassiert haben. Mit... Oh Gott. Was? Die meisten Experten halten dieses Ergebnis aufgrund der Spielanteile auch für angemessen? Ja, ja. Papa la papp. Papa la papp. Da frei ist. Jetzt warte mal was in den Kommentaren, die da für Experten kommen jetzt heute, was wir alles falsch machen würden. Oh cool, vorletzter. Nee. Nee, 15. Nee, wir stehen ganz gut da. Wir haben erst drei Spiele. Ja, das heißt immerhin, wir können uns, äh... Frankfurt ja vorbeiziehen. Nürnberg hat zum Beispiel schon vier und auch was einen Punkt. Ja, das ist schon eine verdammt schwache Vorstellung, wie wir zu sein am Start kniefert haben. Ja, liebe Sportsbeute. Wir brauchen einen leichten Ge... Oh Gott. Das war's mit unserem Let's Play vom FIFA. Ähm, wir haben keinen Bock mehr. Wir spielen jetzt doch Eishockey oder sowas. Nee, auf jeden Fall. Im nächsten Spiel geht's weiter. Gegen Hannover 96. Können wir die Pressekonferenz auf jeden Fall nochmal machen eben. Ja, auf jeden Fall nicht loben. Nee. Also verloben habe ich jetzt keinen Nerv mehr. Motivieren vielleicht. Dann haut er die mal so ein bisschen in die Pfanne. Ja, hoffentlich klappt das. Hoffentlich wirkt das. Und wir verabschieden uns jetzt hier von Let's Play FIFA 13 erstmal. Wir sehen uns dann in kürzend wieder. Hoffentlich vielleicht mal einen Sieg zur Abwechslung. Ja, bis dahin, liebe Sportsfreunde. Tschüss. Bleibt am Ball.